Wir würden ungerne auf die TTS Performance Suite verzichten wollen, weil uns durch dieses Tool tatsächlich sehr viele neue Möglichkeiten gegeben wurden, um konkurrenzfähig zu bleiben und unseren Mitarbeitern bestmögliche Lernmaterialien zur Verfügung stellen zu können. Also mit der TTS Performance Suite haben wir das komplette Rollout, also unsere NX-CRD-Unterlagen erstellt. Zu Anfang mit sehr viel Hilfestellung, also von der TTS noch, wie wir das am besten umsetzen können. Und am Ende waren wir relativ allein oder selbstständig unterwegs. Wir haben uns für die TTS Performance Suite entschieden, da sie für uns all das abgebildet hat, was wir für die Umsetzung unserer Projekte benötigen. Zum Beispiel wäre das, dass wir eine Aufzeichnung machen und dadurch ein E-Learning haben, gleichzeitig eine Dokumentation erstellt wird und auch ein Guide. Und wir am Ende entscheiden können, was wir von dem am Ende benutzen. Wir nutzen die TTS Performance Suite für Teamcenter, für NX, für SAP und auch für allgemeine IT-Themen. Verbessert hat sich durch die TTS Performance Suite bei uns, dass wir nur noch einen zentralen, oder wir versuchen zumindest nur noch einen zentralen Ablageort für all unsere Dokumentationen, Nachschlagewerke zu bekommen, um es für den Anwender am Ende einfacher zu machen, sich zurechtzufinden. Wir haben tatsächlich eine Menge Ziele erreicht mit der TTS, da wir jetzt standortübergreifend alle Mitarbeiter gleichzeitig abholen können, ohne dass wir jetzt einen Trainer an vier Standorte schicken müssten. Aber ich würde mal sagen, fürs Unternehmen ist es tatsächlich eine sehr große Kostenreduktion, die wir damit einsparen, dadurch, dass wir halt das Ganze einmal abbilden, einen Trainer online einschalten und am Ende aber keine Reisekosten mehr zahlen, kein Hotel, kein Zug, kein Auto, keine Bahn. Der größte Benefit, den wir mit der TTS Performance Suite erreicht haben, liegt, glaube ich, da drin, dass wir nur noch ein Tool haben, um Inhalte derzeit für uns zur Verfügung zu stellen. Ich würde die TTS Performance Suite super gerne weiterempfehlen, was ich tatsächlich auch schon tue, weil das Tool tatsächlich sehr anwenderfreundlich ist. Die Zusammenarbeit mit TTS in drei Worten. Flexibel, super freundlich und sehr kundenorientiert. Flexibel, super freundlich und sehr kundenorientiert. Untertitelung des ZDF, 2020